Words that we say in Germany every day and just in Germany. Wer mag das? Deine Mutter. Also ich habe im Test bei der Begründung halt geschrieben, da weil man halt das durch 10 teilen musste, dass eben hinten dran eine 0 steht. Hä? 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 So cool wie ich bin, braucht man überhaupt nicht irgendwelche Schule. Ach ja, und was ich dir noch erzählen wollte war, ähm, hier, äh, Dings, ähm, Dings, Dings, ähm. It isn't so easy to explain German words in English because we just say it in German and not in another country. And I hope this video was a little bit funny. Maybe you don't know it. And goodbye. Subscribe to my channel and watch the Halloween trailer. Stay Don't Die Laude! so definitely have a really cool dayuniversal. To customize it.